Musik Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Heute ein kleiner Ausflug nach Konstanz. Musik Also wir sind jetzt in Konstanz angekommen und jetzt geht's zum Haken. Musik Well, miss, I guess I'll be on my way now. You just give me a Musik 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 Also wir haben gegessen, das habe ich leider nicht gefilmt und jetzt sind wir hier schön auf dem Wasser und wir werden gleich reinspringen. Ich bin einfach der Boss, ich muss gar nichts machen, ich sitze einfach nur unten und da ist mein Bootkapitän. Ich bin einfach perfekt. Musik 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 Also die Fahrt hat sich echt gelohnt, das war echt nice. Das Wasser war also unglaublich geil und ich empfehle es jedem so ein Boot zu mieten und einfach ins Wasser rein zu springen. Es macht echt viel Spaß und es ist echt geil. Musik 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 So, neuer Tag, ich habe die Rückfahrt leider nicht gefilmt, weil meine Kamera ausgegangen ist, äh Akku Valer und ja, es hat sich gelohnt, es war echt sehr schön, das Wasser war echt schön, die Stadt ist ganz nice, ja, kann ich nur empfehlen, das Wasser war echt schön, die Farbe war echt geil und sehr erfrischend alles, ja, also ich hoffe dieser Vlog hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao